Willkommen zum Objekt der Woche. Mein Name ist Emberlei von REIMAX TOGETHER. Heute stelle ich Ihnen diese geräumige 3-Zimmer-Wohnung im Herzen des 16. Bezirks in Wien, umweit der U-Bahnlinie U6 zwischen der Kopfstraße und der Thalia-Straße vor. Damit Sie auch in Zukunft keine Videos verpassen, abonnieren Sie unseren Kanal. Sie befindet sich barrierefrei im Erdgeschoss eines Hauses aus den 70er Jahren und besteht aus drei Zimmern, einer separaten Küche, einem Badezimmer, einer Toilette. Der große zügige Wohnbereich und die Küche liegt zur Straßenzeit des Gebäudes. Die beiden Schlafzimmer bietet einen ruhigen und hellen Ausblick auf den Innenhof. Dank des Zentralzugangs zu jedem Zimmer eignet sich die Wohnung ideal als Studentwohnung oder Wohngemeinschaft. Kontakt ziehen Sie mich für weitere Informationen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.